Hallo meine lieben Freunde ich bin die Irene ich habe hier schon mal unsere Weihnachtsplätzchen fertig gebacken und jetzt fehlt nur noch ein bisschen Kakao jetzt kommt der Kakaopulver rein umrühren na komm schon da sind wir jetzt komm rein sei doch nicht so schüchtern komm rein oh Peppa wen hast du denn mitgebracht das ist Olaf das ist mein neuer Freund ja Hallöchen dann oh Olaf hallo ich bin die Irene komm rein ich habe hier Plätzchen und Kakao hier Olaf lass es dir schmecken oh was ist das denn riecht ja super das ist der beste Kakao auf der Welt den macht nämlich Irene na Peppa jetzt übertreibs mal nicht Olaf probier die Plätzchen probier den Kakao mhm 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 hmm mhm 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 Mh mhm Was ist denn da passiert? Die Rähne, was hast du angewichtet? Wir müssen ihn retten. Pepper, was heißt denn hier? Was habe ich angestellt? Ich meine, wie sollen wir ihn jetzt retten? Wisst ihr, wie wir ihn retten sollen? Wie ist das denn möglich, Olaf? Du warst doch noch so jung. Und du hast nur einen Gix probiert. Pepper, Pepper, immer mit der Ruhe, keine Panik. Also ich schlage vor, wir geben Olaf jetzt hier in diesen Tropf. Und dann können wir mit ihm nach draußen gehen. Dort ist es ja schließlich etwas kühler. Lass mich noch schnell eine Mütze anziehen. Und einen Schal. Und ab geht's. Irina, du hast den Schal vergessen. Siehst du, Pepper? Das Wasser hat sich wieder in den Schnee verwandelt. Moment mal. Wir müssen einen neuen Schneemann machen. Ja, ach Olaf, Olaf. Ach, mach dir keine Sorgen. Das wird schon. Das ist die zweite Kugel. Und hier kommt die dritte. Hopp. So, vorsichtig. Zweite Kugel. Und dritte Kugel. Olaf, hier hast du deinen Schal. Und die Karotten-Nase. Irina, ich hoffe, das wird klappen. Oh! Das hat geklappt. Oh, Olaf. Freut mich, dich wiederzusehen. Oh, Pepper. Ich freue mich auch. Ach, Olaf. Da freuen wir uns. Was planst du denn übrigens für Weihnachten? Weihnachten? Ich habe noch nie wirklich Weihnachten gefeiert. Was? Aber das ist doch das wunderschönste Fest überhaupt. Du musst Weihnachten mal feiern. Ja. Und wo könnte man Weihnachten besser feiern als auf einem Weihnachtsmarkt? Hey, Olaf. Bist du schon mal rudeln gegangen? Schau mal. Wui! Wuhu! Oh, das sieht ja toll aus. Irgendwie ist das ein bisschen zu hoch. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Olaf, hab keine Angst. Wuhu! Oh, Olaf. Olaf, du bist ja gut in diesem Schneehaufen gelandet. Oh, hey, sieh mir mir. Das ist ja ganz schön kalt, muss ich sagen. Oh, schaut mal. Hier kann mein Schlittschuh laufen. Wee! Wuhu! Schaut mal, was ein Pepper kann. Wow. Ah, auf einem Bein. Oh, mach dich gefasst. Wuhu! 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 Olaf, wer hätte denn gedacht, dass du so gut Schlittschuh fahren kannst? Habe ich selber nicht gewusst. Wuhu! Oh, Olaf. Da muss man vorsichtiger sein. Da kann einem schwindelig werden, nicht wahr? Oh, da hast du recht. Hey, Olaf. Das musst du probieren. Ich hoffe, das ist nichts Heißes. Nein, musst du probieren. Wie süß. Pepper und wir zwei trinken mit dir einen leckeren Kinderpunsch. Hier. Ich liebe Kinderpunsch. Bitte sehr. Vielen Dank. Oh. Dankeschön. Das ist das schönste Weihnachtsfest, das ich je hatte. Olaf, wir hatten auch eine Menge Spaß. Seht ihr dieses Feuerwerk? Das ist ja wunderschön. Und dir wünschen wir auch noch ein wunderschönes Fest. Wir sehen uns noch. Macht's gut.